Das ist auch noch ein Scheißhaus, wo man reinschauen kann. Ah, wo? Da ist ein Zombie dahinter. Alter, der lässt mich nicht raus. Ich kann nicht raus. Schlage ihn! Ey, irgendwie hängt es bei mir gerade. Ich kann nichts machen. Ich will jetzt nicht reinschlagen, sonst triffe ich dich. Auf den Kopf. Oder ja, so. Schlägt er dich, trifft er dich. Ja. Trifft er dich die ganze Zeit nicht, Zombie. Ich bin höher heute. Nimm mal da eine Axt. Oder so. Alter. Ich muss mich jetzt verarzten.